Jesus erklärt Eure Demut und Euer Leben aus meiner Sicht 31. Mai 2016 Worte von Jesus durch Schwester Claire Gesprochen von Jackie Claire begann Der Herr ist mit uns, liebe Herzbewohner, und er ist hoch erfreut über unsere Bemühungen, ihm treu zu sein. Heute, während der Anbetung, erhaschte ich mehrere Blicke auf uns, auf den Herrn und mich, und ich trug ein Brautkleid. Ich fühlte, dass es an der Zeit war, die Botschaft zu empfangen, und ich setzte mich an meinen Computer. Ich bin hier, Herr. Danke, dass du uns beschützt und durch diese letzten Tage, oder sollte ich sagen, durch diese letzte Woche, gebracht hast. Es war schwer, aber du hast uns durchgebracht. Bitte, Herr, fülle uns bis zum Überfließen mit deiner Liebe und Weisheit an. Jesus begann Ich bin hier, Claire. Jene Zeit, in der wir getanzt haben, war so süss. Ich vermisse diese gemeinsamen Zeiten. Würdest du mir bitte mehr Zeit widmen? Du meinst tanzen, wie gerade eben? Ja, das wäre schön. Ich kehrte also in die Anbetung zurück und konnte mich wieder in meinem Hochzeitskleid sehen und ihn in einem schwarzen Smoking, während er anmutig mit mir über den polierten Boden des Ballsaals rauschte. Er war so königlich und selbstsicher, während er meine Schritte lenkte. Ich konnte einfach nur staunen. O Jesus, wie schön es ist, dir nahe zu sein, deinem Herzen und deinen Gedanken. Wie gesegnet ich doch bin. Ich habe schon lange darauf gewartet, dass du das sagst, Claire. Du bist in der Tat gesegnet und ich weiss, dass du das ernst nimmst. Aber können wir noch ein bisschen Spass haben und weiter tanzen? Natürlich, ich werde mich in unserer nächsten Gebetszeit daran erinnern. Herr, bitte sprich mit mir. Ich bin so zufrieden mit dir, Claire. Du hast meine Anweisungen befolgt. Du hast meine Bedürfnisse erahnt und das getan, was deine Aufgabe war. Es ist nur noch wenig Zeit übrig und ich weiss, dass du das nicht für einen Moment glaubst. Was an der Oberfläche so friedlich aussieht, ist trügerisch. Was sich hinter den Kulissen zusammenbraut, ist grösser und fundamentaler, als du es dir überhaupt vorstellen kannst. Von heute auf morgen wird sich diese Welt verändern. Aber in der Zwischenzeit, während wir in diesem Zeitfenster der Gnade voranschreiten, rufe ich all meine Bräute auf, die kleinen Dinge mit Liebe zu tun. Viele von euch sind enttäuscht von ihrem Leben, von dem, was ihr getan habt, und von dem, was ihr nicht getan habt. Ihr vergleicht euch mit berühmten Menschen und mit jenen um euch herum, die Errungenschaften und weltliche Erfolge erzielt haben. Und dann kommt ihr ins stille Kämmerlein, denunziert euch selbst und seht euch als Versager. Ihr seht nicht, was ich sehe. Ihr seht nicht die Werke, die aus persönlichen Interessen und nicht aus Liebe getan werden. Eine kleine Tat, die in Liebe für euer Nächstes getan wurde, übertrifft tausende von Taten, die zum persönlichen Vorteil getan wurden. Versteht ihr? Bald werden all diese Werke, die mit einem falschen Motiv getan wurden, 99% von dem, was die Medien gutheissen und zu einem grossen Thema machen, völlig wertlos sein und im Feuer verbrannt werden. Wenn alle Dinge in meiner Waage gewogen werden. Wenn die eigentliche Substanz der Dinge geprüft wird. Die Motive, die Ergebnisse, all das, was jetzt in der Welt hochgelobt wird, wird sich in Dunst auflösen. Doch was in Liebe getan wurde, wird ewig leuchten. Vergeudet eure Zeit nicht mit grossen Dingen, die Aufmerksamkeit erregen und gelobt werden. Eure kleinen Dinge, die in Liebe getan wurden, sind es, aus denen der wahre Sinn dieses Lebens besteht. Zu viele von euch verzweifeln jetzt, ob ihrem verschwendeten Leben. Doch die wichtigste Zeit wurde im Verborgenen verbracht, im Gebet und in einer Art zu dienen, die die Welt als untergeordnet und unwichtig erachtet. Doch dies sind die Kennzeichen meiner Könige und Königinnen in meinem Königreich. Dies sind die Qualitäten, die euch qualifizieren, im tausendjährigen Reich zu regieren. Ihr habt die Wahl getroffen, viele Jahre lang das Richtige zu tun. Und das hat euch einen Ort in der Anonymität eingebracht, welcher der sicherste Ort auf dieser Erde ist. Alles, was aus einem reinen Motiv heraus getan wird, wird Bestand haben. Alles, was in Eitelkeit und Prahlerei getan wird, wird fallen. So einfach ist das. Und nur um sicher zu gehen, habe ich Prahlerei, Eitelkeit nachgeschlagen. Es bedeutet übermässiger Stolz auf sich selbst oder die eigenen Leistungen. Übermässige Eitelkeit. Der grösste Teil der Welt wird von diesem Bedürfnis angetrieben, sich selbst zu erhöhen. Aber als ich auf diese Erde kam, habe ich keine Mühe gescheut, mich selbst zu erniedrigen. Ich husch die Füsse meiner Jünger. Jene, die nach einem König suchten, der über sie herrschen sollte, fanden ihn nicht. Jene, die nach der wahren Substanz des Glaubens suchten, erkannten mich sofort. Sie waren das Getue der wichtigen Personenleid und sehnten sich danach, von ihren Sünden befreit zu werden, um Frieden zu haben und mit Gott im Reinen zu sein. Sie suchten ein Reich, das nicht von dieser Welt ist, und deshalb erkannten sie mich. Nun kommen wir zur Kürze der Zeit und ich verspreche euch, der Feind wird versuchen, euch mit weltlichen Unternehmungen zuzudecken. Er wird euch eure erhabene Position der Dienerschaft und Verborgenheit stehlen und euch in weltliche Dinge locken, die euch Anerkennung verschaffen. Tauscht nicht die Villa gegen das Gästehaus ein. Verlasst diese niedrige und verachtete Position nicht für etwas, das mehr Anerkennung bringt. Viele suchen nach Wegen, mir zu gefallen. Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr euer Nächstes lieben sollt, wie ihr mich liebt, und dass ihr das ununterbrochen tun sollt? Aber der Feind möchte, dass ihr wegläuft und euer Nächstes in der Not zurücklasst, während ihr etwas verfolgt, das wichtiger und grösser erscheint. Während die Uhr tickt und die Welt am seidenen Faden hängt, ist das Produktivste, was ihr tun könnt, euer Nächstes zu lieben, wie ihr euch selbst liebt, von Augenblick zu Augenblick. Tut die kleinen Dinge mit viel Liebe und seid sehr misstrauisch gegenüber einem grösseren Vorhaben, das euch überfordern und erschöpfen wird, und ihr zu beschäftigt seid für das Gebet und ärgerlich aufgrund von Unterbrechungen, welches kleine Gelegenheiten sein könnten, eurem Nächsten meine Liebe zu zeigen. Haltet euch an dem Fest, was ich euch gegeben habe, meine wunderschönen Bräute. Jeden Tag wird euer Kleid immer reiner. Wahrlich, ihr habt euer Bestes gegeben, um mir treu zu sein, und ich habe grosse Freude an eurer Herzenshaltung. Denkt in jener Stunde daran, ich bin direkt an eurer Seite, und ihr werdet nichts zu befürchten haben. Nun, also will ich euch馒 broccoli auf einen�� zu bekommen. Ich bin direkt an, ich weiß Ihnen das ein und ich bis heute Democrate. Ich binANS cabe jemandemits41. Malventh ach도",